Palanga Anhören I. ist ein Seebad in der südkurischen Landschaft Megove in Litauen an der Ostsee rund 20 Kilometer nördlich der Bezirkshauptstadt Kleipeda und etwa 300 Kilometer nordwestlich der litauischen Hauptstadt Vilnius. In nördlicher Richtung sind es weniger als 20 Kilometer bis zur lettischen Grenze. Geschichte Der Ort kam 1253 zum Deutschen Orden. 1435 eroberten die Litauer das Gebiet. Palanga wurde Zentrum einer Starostei und bot über Jahrhunderte den einzigen litauischen Zugang zur Ostsee. Der Hafen wurde im heutigen Gemeindeteil Sventudzi angelegt. Die Schweden erzielten 1705 während des Großen Nordischen Krieges hier einen Sieg. 1819 kam Palanga innerhalb des Russischen Reiches zum Gouwane-Matkur-Land. Beim polnischen Aufstand 1831 wurde der Ort teilweise niedergebrannt. Nach der Entstehung der baltischen Staaten wurde Palanga 1920 im Zuge eines Grenzausgleichs mit Lettland an Litauen zurückgegeben. Der im südlichen Stadtgebiet gelegene Ortsteil Nemirsita gehörte bis 1919 zur preußischen Provinz Ostpreußen und war bis dahin als selbstständige Gemeinde der nördlichste Ort des Deutschen Reiches. Verwaltungsgliederung Palanga ist eine Stadt in der Stadtgemeinde Palanga im Bezirk Kleipeda. Die Verwaltungsstruktur der Stadtgemeinde ist asymmetrisch. Während die Stadt Palanga direkt von der Gemeinde verwaltet wird, unterstehen das touristisch geprägte Sventudzi und der Ort Butinge der Seniunia. Amtsbezirk Sventudzi Der Ort Sventudzi hat eine lange, durch vorzeitliche Funde belegte Geschichte. In Butinge wird ein Ölverladeterminal betrieben. Kultur 2013 war Palanga die Kulturhauptstadt Litauens. In der Palangus Arena finden viele Veranstaltungen statt. Sehenswürdigkeiten Palanga gehört neben Neringa zu den Zentren des litauischen Fremdenverkehrs mit Hotels, Campingplätzen und einer langen Strandpromenade mit Seebrücke, in dem im Jahre 1897 nach Entwurf des Berliner Architekten Franz Schwächten im neoklassizistischen Stil erbauten, ehemaligen Palais des Grafen Felix Tuschkiewicz ist seit 1963 die Kasekunden Bernsteinmuseum untergebracht. Das von einem ab 1897 von dem französischen Gärtner Édouard François André und seinem Sohn gestalteten Park, dem heutigen Botanischen Garten, umgeben ist. Die katholische Sankt-Marien-Kirche ist von 1897 bis 1906 nach einem Entwurf des schwedischen Architekten Karl-Édouard Strandmann als neugotischer Backsteinbau mit einem 76 Meter hohen Turm errichtet worden. Verkehr Vom Flughafen bestehen Verbindungen nach Frankfurt am Main, Berlin, Kopenhagen, Stockholm, Oslo, Malme etc. Ansonsten ist Palanga mit Bussen erreichbar. Punkt, 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 Punkt. Justiz Stadtkreisgericht Palanga Partnerstädte Nordes Lade Städte Steiger Lade Tele